Hallo liebe Vollower, noch einmal ein gutes und gesundes neues Jahr für euch alle. Und wir sind nach zwei stürmischen Tagen, wo wir zu Hause waren, beim Caravaning. Da sind wir jetzt wieder auf Achse und machen wieder eine Tour am Strand lang. Die Sonne ist 11 Grad, heute Nacht waren es 6 Grad, aber strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, kein Wölkchen ist am Himmel. Und wir sind jetzt in der Nähe von Alcázaris, da sind wir direkt aber in dem Hotel Birstina, da haben wir geparkt. Sehr schön hier, der Ort. Ich habe mich barfuß gemacht. Der Strand ist alles so glatt, alles nur für uns, ganz alleine ist noch keiner am Strand hier. Das ist sehr schön. Macht's gut, meine Lieben. Ein gutes neues Jahr noch für euch, für Sie.